Ich bin ein muslimisches Mädchen, mein Name ist Mariam, genannt nach der Mutter des Messias Jesus, Friede sei mit ihm. Wir Muslime lieben Maria, weil Allah, der Erhabene, sie im Koran, den er dem Propheten Mohammed, Allas Gnade und Frieden sein mit ihm, hinab sandte. Als die rechtschaffenste, ehrenhafteste und reinste Frau auf Erden beschrieb. Unser Gesandter, Allas Gnade und Frieden sein mit ihm, lehrte uns, barmherzig und gerecht zu sein und mit den Menschen einen guten Umgang zu pflegen. Er lehrte uns auch, alle Propheten, Allas zu lieben und zu respektieren. Ich liebe Jesus, Moses, Abraham, Mohammed und alle anderen Propheten, Allas Gnade und Friede sein mit ihnen. Es verletzt mich und macht mich sehr traurig, wenn ihr Ruf geschädigt wird. Er lehrte uns auch, alleителя, allig, mit ihnen. Vielen Dank.